Warte, warte, warte. Upe. War irgendwie scheiße. Die sind alle gar scheiße. Die sind gerade an. Oh, das ist ein Mehlfluch hier. Ja. 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 So, okay, jetzt noch das Video. Geh weg. Wie ihr schon gesehen habt. Ja toll. Jetzt ist der Weg voll mit Mehl. Oh shit. Die drei waren noch los. Hier bauen wir das Feuerlager gerade wieder neu auf. Ja. Genau. 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 Na, no. Ja, da ist das, das war's.